hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge retropanner quätsich ihr fantastischen menschen ja heute haben wir wieder einen gameboy titel dran und zwar castellian ja ausnahmsweise hat den sich mal keiner gewünscht sondern das ist ein persönliches anliegen dieses spiel hat mich ganz schön geärgert ihr werdet es gleich sehen und zwar kurze vor erklärung ich habe für meine sammlung habe ich eine excel liste da trage ich immer die spiele ein normal titel natürlich ob eine ovp dabei ist ob ein handbuch dabei ist und was ich bezahlt habe für das spiel dass ich so ein bisschen den überblick bekommen ist und die basics ihr kennt das dass man so ein bisschen überblick bekommt wie viel ist ungefähr meine sammlung wert beziehungsweise ok es heißt ja nicht dass ich jetzt ist es mal nicht der kauf wert dass das jetzt momentan wert ist aber dass man so eine ganz ganz grobe orientierung hat so und ich habe da noch eine zusätzliche spalte für mich und meinen kanal ob ich schon mal ein testvideo dazu gemacht habe oder nicht habe ich jetzt letztens geschaut was für ein spiel könntest du mal wieder testen castellian darunter und dachte mir okay gut sagt ja nichts spiel zimmer rein freunde das spiel hat mich so geärgert dass ich es ich glaube nach fünf minuten in die ecke geworfen habe und gesagt habe nein du du kommst hier schön in die quillt sich serie und ihr werdet sehen warum kurzes vorwort so ein bisschen vorrecherche hatte ich ja schon getan das ist eigentlich ein c64 spiel was glaube ich auf jeden fall kommt das ursprünglich vom heimcomputern und es ist interessant ok und zwar seht ihr ich bin ja diesen kleinen drachen und unser ziel ist jetzt diesen turm hoch zu gehen ihr seht es fängt schon an bewegung ist eingeschränkt ihr könnt nämlich nicht springen hier der b knopf macht nix a knopf das schießt ja so ein bisschen besonderheit ist halt so ein bisschen was auch ganz nett gemacht ist halt diese grafische rotation und er müsste halt immer diese türen rein rennen damit ihr dann halt entsprechend woanders rauskommt und ihr seht es schon ich stelle jetzt mal nach was ich so am anfang gemacht habe man läuft hier so rum was soll das ja man läuft da jetzt so rum gleich am anfang man läuft hier so rum diese bodenplatte sieht so aus wie alle anderen das ist typisches trial and error das kann ich nur wissen indem ich da einmal drüber gelaufen bin ok man muss also hier rein falsches timing gleich wieder tot das ist sowas von arg trial and error sowas gehen wir hier rein so bei dem auge aufpassen das war hier nicht so jetzt kommen wir hier hoch jetzt kommen wir hier hoch fahren in die tür und so klettern wir den turm hoch aber wie ihr seht es ist nicht sehr eingängig ne man geht ja so lang wo soll ich jetzt wissen dass das dieser Dings auf mich drauf fällt so muss ich hier lang muss ich hier wahrscheinlich nach unten hier wieder hoch da wieder hoch es ist halt so wenn man hier wenigstens springen könnte ja timing vor dem auge konnte ich jetzt nicht abpassen weil ja dieses ding da jetzt hinter mir kam also es ist irgendwie so man kann das spiel nicht sehr intuitiv lesen man muss sich halt merken wo welches welche gefahr lauert es ist level auswendig lernen und sowas finde ich fechtes spiel design weil es gibt hier wirklich viele sachen das muss ich hier ausweichen keine ahnung es ist jetzt weg wenn man hier wenigstens springen könnte dann könnte man ja wenigstens so ein bisschen abpassen und gegen zeit muss man auch noch kämpfen freunde also wie ihr merkt ich bin nicht sehr warm geworden mit dem spiel und das war für mich jetzt kein test wert ehrlich gesagt weil schon allein weil es mir A kein spaß gemacht hat und B ich denn auch mir gedacht habe hey ich krieg hier nicht viel ich krieg hier nicht viel gameplay video material hin und ich will ja euch auch was zeigen das wird nix und das lustig dass man ganz normal auf diesen treppen geht und da zurück geworfen wird ne das ist irgendwie also das was ist schön gemacht seht ihr das ich hatte da noch nicht mal irgendwie ne Chance vielleicht hätte ich sagen sollen dass ich mich sehr aufrege bei diesem spiel und ich finde es halt sehr undurchsichtig welche gegner ich jetzt kaputt schießen kann und welche nicht das ist irgendwie diese diese Bälle hier geht warum aber ja ok das war jetzt mein fehler ihr seht worauf ich hinaus will also optik ist sehr interessant ist auch sehr schön umgesetzt das macht eine schöne 3d dimensionale ansicht aber dieses ich komm wirklich nicht darauf klar ich weiß es nicht es gibt auch kein natürlich kein passwortsystem oder ähnliches achja diese blöde bodenplatte diese böse ruhig panda ganz ruhig das wird es auch diesmal echt keine lange folge werden ich wollte euch nur mal dieses spiels zeigen und wie sehr mich das geärgert hat beim 5 minuten anspielen weil ich mir dachte das kann doch nicht sein es muss ja das spiel muss ja eine gewisse beliebtheit haben sonst wäre das natürlich auf verschiedene systemen erschienen aber mir erschließt sich das nicht mal ansatzweise ich weiß es nicht klar level auswendig lernen toll ja ich weiß nicht ob die ob die anderen version besser sind keine ahnung kann ich nicht sagen kann ich fucking nicht sagen oder das jetzt zum beispiel das ist so das ist so unnötig warum diese bodenplatten da verschwinden das ist so fucking unnötig kommt immer so ein bisschen weiter ja klar sicher toll toll wenn ich einen haufen kacke nehme und der immer größer wird bleibt trotzdem ein haufen kacke vielleicht die falsche ähm metapher dafür obwohl so falsch eigentlich ehrlich gesagt nicht dann halt noch dass es noch auf zeit geht ne und auch da wieder diese blöde fliese da ich habe euch das spiel gezeigt diesmal war es wirklich wirklich quälen und ich vorwiegen ach ja mal gucken wie gut das spiel ist der xy86 gewünscht ähm übrigens wenn ihr euch spiele wünscht acht oder sechzehn mit in die kommentare rein ich habe eine liste wo ich alles abarbeite aber das spiel das war mir ein persönliches anliegen euch das zu zeigen vielleicht seid ihr ja fans vielleicht seht ihr in diesem spiel was weil vom prinzip her okay da ist eine idee dahinter aber meins ist es nicht mehr ansatzweise aber danke dass ihr mir dabei zugeschaut habt und ich wünsche euch noch einen wunderschönen tag egal was ihr noch vor habt machts gut machts gut